hallo so heute wollen wir nämlich unser eigenes haus bauen zwar kein baumhaus sondern sondern ein anderes haus genau ein richtiges wo wir vielleicht nicht ganz so nass werden regnet ich habe mich verbaut schon beim ersten stein habe ich mich verbaut ich muss erst mal eine fläche machen damit ich dann was ich mache ein riesiges haus mit mehreren zimmern mit mehreren stockwerken riesiges dach so damit die hunde reinpassen beim bauen genau können wir noch glas herstellen können wir uns noch fenster machen wieso bist du hat es so schön schon wieder und ich komme gar nicht voran hier ist ein haus schon fast fertig ok ich baue mein haus hier am see ich baue ich brauche einen anderen platz so jetzt brauche ich mal ein paar wieso habe ich glaube ich noch mehr steine alles klar so dann machen wir mal da so eine wand man ich habe mich schon verbaut das gibt's doch nicht so so Was ist denn ein Dörthaus? Nein. So, ich glaube, das reicht. Mein Hund steht immer im Weg rum. Ich habe meinen auf den Boden gemacht. Hast du den Hund auf den Boden gedrückt? Der arme Hund! Mach sitz. Was ist denn der Boden? Was hast du für einen Boden? Stein! Was? Okay, ich mache auch einen Steinboden. Ich mache alle so Steine hier. So, machen wir mal ein ordentliches Fundament. Ich brauche, glaube ich, noch gleich mal Steine. Ich baue ein ganz schönes Haus. Okay, wer das schönste Haus baut. Das schönste Haus baut, stimmt. Ich baue eh das schönere Haus. Das glaube ich auch. Ding mit Stein, alles mit Stein. Diesen Schmuck. Mir sind die Steine ausgegangen. Ähm, okay, dann mal jetzt erstmal weiter mit... Wieso habe ich nicht so viel Holz? Oh, ich habe viel Holz. Hast du das aus der Kiste genommen? Nein. Ich habe noch Holz in der Kiste. Ja. Das ist doch... Ich will mir den eh eigentlich... Ich habe keine Tür. Aber du kannst für mich eine Tür bauen. Ich baue gar keine Tür in der Tafel. Wow, dein Haus ist gleich fertig. Ich habe noch gar nichts geschafft hier. Hier ist noch eine Tür, falls einer eine Tür braucht. Äh, das war nicht die Tür. Das war das Holz. Da ist die Tür. Ich habe noch Fackeln. Aber du hast keine Fackeln. Ich habe gar nichts. Jetzt habe ich vergessen, aus meinem Holz Holz zu machen. Ich muss hier noch Sachen... Ich hole jetzt mein Bett. Oh, das Bett. Ich war auf dem Bett, wenn ich mich will. Was? Alles nimmst du mit? Ich nehme die Quoten mit. Claudine. Du kannst dich selber in den Baum. Wie viel Holz hast du? Sag ich nicht. Ich brauche noch Steine. Ich brauche noch Steine. Okay, ich nehme erst mal Dreck. Das ist ein Monster von meiner Tür. Kannst du nicht woanders wohnen? Kannst du mir die einbrechen? Mein Haus ist schon fertig. Ich muss es noch schnell zubauen, sonst habe ich schon ein Monster. Es kommt rein. Es kommt rein. Das hat mich erwischt. Komm in mein Haus. Ich gehe wieder bei mir rein. Danke. Komm in mein Haus. Dass du immer mal isch. Was mein Fundament ist, so ein Schwerties. Was, du schläfst jetzt? Ich schlafe. Dann hol doch dein Bett. Nein, ich hab mein Haus nicht fertig. Ist mir doch egal. Das weiß ich. Darf ich mit dir Sand holen? Was? Nein. Ich hol mir Strand. Das ist mein Strand. Was ist mein Strand, Lassi? Ich brauch ja nur ein bisschen. Ich rufe meine Fenster. Ich mach das schön. Wir machen beide das schönere Haus. So. Ja, wir... Au, ich bin runtergefallen. Oh Gott. Gut. Ich mach nur Blass. Mein Fundament ist schon gleich fertig. Hast du ein Dach auch schon? Was? Hast du ein Dach auch schon? Ja. Ich mache jetzt noch die Fenster und dann bin ich fertig. Hast du gewusst, Zombies können mal die Tür klopfen? Was? Ja, machen die klop, klop, klop. Dann klopfen sie an deine Tür. Und dann schmeißen sie dich auf dem Fenster raus. Hast du noch ein paar Fackeln übrig? Äh, ja. Kann ich vielleicht welche haben? Wie viele? Ja, vielleicht vier. Ja, ich komme mal raus. Hast du einen Ofen? Ja, ich habe schon alles vorbereitet. Hast du den Ofen mitgenommen? Nein, ich habe mir einen Ofen gebaut. Aha. Und da? Mhm. Wow. Es ist Licht. Oh. Jetzt ist mein Holz alle. Mann, ich wollte doch die Axt nehmen. Es guckt eine Spinne hier bei mir rein. Ich höre. Ah! Ah! Sie ist drin! Sie ist drin! Sie ist drin! Sie ist drin! Meine Güte, wieso kommen alle Viecher bei mir rein? Hä? Wenn du im Strand bist! Oh! Wieso? Jetzt habe ich ein Haus und jetzt kommt alles rein hier. Jetzt kannst du dein Bett noch holen. Nein! Ich habe mein Bett geholt. Okay. Ich habe mir eins gebaut. Ich habe mir eins gebaut. Du kannst meine... Du kannst beide nehmen. Ich habe mir eins gebaut. Falls ich mal Besuch kriege oder was? Nein. Du kannst eins bauen und dann... Wenn du Besuch... Wenn ich zu dir will... Aber das... Ich habe mir eins gebaut. Es ist bloß auch noch eins gestanden. Au! Ich werde beschossen. Haja, die sehen schön aus, die Häuser. Eigentlich sehen sie fast gleich aus. Ja! Sie sehen gleich aus! Sie sehen nicht gleich aus, aber sie sehen gleich aus. Moin! Hast du noch... Meine Rüstung ist halb kaputt. Hast du gelacht? Hast du noch Glas? Ja! Wo hast du eigentlich die Steine her? Was? Wo hast du eigentlich so schnell Steine her? Die Karotten sind gewachsen. Würdest... Pflanzt du wieder welche? Wir haben 10 Karotten. Wir haben 10 Karotten. Pflanzt du die wieder ein? Ja. Aber das Feld ist kaputt gegangen. Hast du keine Hacke? Nein! Immer noch nicht? Wir haben hier gar keine gebaut. Aha. Soll ich nochmal kommen? Ja. Eine Spinne! 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 Ich hab noch 8! Du hast noch 8! Du hast noch 8! 2! Wow! Wenn wir die ernten, dann können wir schon bald wieder welche essen. Und dann können wir noch mehr machen und noch mehr. Und dann können wir noch mehr machen und noch mehr. Und dann können wir erst mal die Hälfte. Ich hab die Hälfte genommen. Aua! Ja, der wird ja auch los. Cool! ine Hälfte! Keine Hälfte! Ja! Der wird es nicht gut. Dann kann ich jetzt noch einmal nach oben drauf. Oh! Dann muss ich mich nicht gut geben! Daher äh. Du kannst mich auch mal besuchen, komm. Schon? Ja? Ähm, ja mach ich gleich. Der müsste so kloppen und der müsste so auf die Füße schlagen und so klopp klopp sagen. Muss ich. Hä? Und ich wär schon zum Kochen. Oh. Und du wärst zum Mittag gekommen. Ich warte, bis wir kommen. So, ich werd mal schauen, ob's schon bei Lenny Mittag gibt. Ich warte jetzt auf die. Ich hoffe, ich mach nicht an meinen Tisch. Klopf, klopf. Guten Tag. Hier bist du. Hallo. Was willst du? Haarffleisch? Ähm. Fisch? Schweinfleisch. Fisch? Ja. Okay, hier. Wow. Oh. Oh. Hm, der ist aber sehr lecker. Das hast du gut gekocht. Und schön hast du das hier gebaut. Ein riesiges Glasfenster. Da kannst du direkt in den Berg reinschauen. Ob ein Zombie kommt. Hier hinten kannst du das Pferd anschauen. Ich kann mein Haus aussehen. Du kannst mein Haus. Du kannst mir winken von hier aus. Sächeln. Das ist mein Hund. Das ist Lumpy. Mein Hund. Ecwi. Was? Meine Hund? Meine Hund ist mein Hund, Lusi. Lucy? Mein Hund heißt Alte Töhle. Ja. Lass aber da ein bisschen was drauf. Wenn wir den Hunden. Beiden. Okay, vielleicht brauche ich den nicht verbrannt. Und vielleicht den auch was geben. Oh man, es geht nicht. Hast du groß Fleiß? Nicht mehr. Tut mir leid, es hat nicht funktioniert. Er hat mein Chicken gegessen. Was ist denn hier? Hey, hallo. Halt. Was ist? Du musst anklopfen. Dann will ich einfach reinkommen. Was ist denn hier los? Es ist keiner zu Hause. Es ist keiner zu Hause. Es ist doch... Ich habe hier Erde. Ich habe hier Erde, weil ich... Jetzt habe ich hier ein Loch in der Erde. Was soll der Kacke hier? Mann, ich habe noch keine Steine so viele. Ich hole mir jetzt ein paar Steine und dann... weitere Arten. Ich habe hier... Mann, ich brauche mal Kohle. Was hast du für mich gemacht? Holzboden? Okay. Ich habe die Häuser gesengt. Danke. Das ist meine Terrasse. Wieso nicht? Das ist der Boden. Das ist der halben Boden. Was ist denn hier los? Du hast mir das auch gemacht. Fandest du das nicht so toll? Ich mache dein Haus. Ich mache dein Haus. Was? Was? Was soll? Ich habe dich auch ein Geschenk. Ja, super. Ich mag keine Geschenke mehr. Ist gut. Dankeschön. Ich ernte jetzt mein Feld. Was? Du erntest dein Feld? Das habe ich angepflanzt. Es könnte sein, damit es irgendwann Krieg gibt, ne? Wieso macht der sowas? So, ich will mir noch eine Treppe bauen. Ich habe nicht genug Steine. Nimm dir jetzt die ganze Truhe mit. Mach doch die ganze Truhe, Mann. Wieso? So. Einfach. Ja, du schneidest. Was ist das alles dein? Oh, hier ist noch mein Fisch dran. So. Heißt es jetzt unser neues Let's Play Mine? Nein. Äh. Wieso ist denn da ein Stein oben dran? Ja, willst du das? Was gehst du ins Bett? Ja. Wieso? Ich glaube, das war's wieder mit die Folge. Ach so. Ah! Oh nein, jetzt ist er kaputt. Lach nicht. Das ist nicht witzig. Der Hund hat mich voll weggeschubst. Geh jetzt weg, du... Mann! Du kannst draußen bleiben, wenn du so weitermachst, du blöder Köter. Das ist nicht witzig. Ich lach den Hund da aus. Der Hund ist ein bisschen komisch. Aber ich habe ein Glasdach. Und ein Kacke-Fohl-Dach. Da kann sonst, wenn ich kein Glas reinmache, die Spinne reinklettern. So. Meine Güte bräu ich aber noch Glas. Wo ist jetzt mein Hund? Ich glaube, das war's jetzt nicht zu voll. Das ist global. Okay. Das war's jetzt. Tschüss. 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 Tschüss.